Was zum Teufel war das? Unser Udi hat mal wieder eine Durregä am Lauberhorn. Bravo! Darauf ein Stückchen Fondue mit einem Schlückchen Kirsch. Doch, weil jedes Jahr wird nicht so eine Zeit fahren. Im Winter, da schneit's, in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Natürlich muss bzw. darf Bundespräsidentin Amherd dem Odermatt auch noch das Handli schütteln. Das darauffolgende Smalltalken darf aber noch ein wenig geübt werden. Nein, bravo, großartig. Schwierig? Ja. Streng an dir mir. Mega streng, oder? So Smalltalk. Kann auch anstrengend werden. Weisst du, was ich meine? Eher Deep Talk gibt's beim Hüttengeschichten-Spezial mit dem Manu von Divertimento. Hat's mal einen Mann gegeben, den ihr gekauft habt? Ja, das hat verschiedene Mann gegeben, die mir gekauft haben. Sex, Frank? Äh... Ja, soll ich jetzt, äh, soll ich jetzt DETAIL gehen? Nein, einen Moment lieber nicht. Wir haben zu viel Arbeit. Heute muss ich sagen, ich bin jetzt, äh, ich bin ein Glückchen als Single. Just a single woman buying cat food. Apropos cat food. Waaau! Der Mr. Clooney protestiert immer noch. Und das nicht nur akustisch. Waaau! Die Katze boobst! Das ist so not funny. Interessanterweise findet das Schweizer Volk ihren Divertimento Manu mega funny. Hey, wenn ich unseren Mädchen sage, unseren Kindern, dass wir jetzt euch getroffen werden, die bleiben raus. Dann sagst du ihnen einen lieben Gruß. Ich sage ihnen. Ist gut? Ja. Kann man noch ein Erinnerungsfotos machen für die Kinder? Ja. Ist gut? Oh ja. Oh ja. Die Mädchen, die sind von besonderem Reiz. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Die Berge sind hoch und das Echo...